Ja, hallo. Wir starten heute mit dem ersten Video, was dann auf YouTube auch präsentiert werden soll von KMP und den Kunstausstellungen, die KMP organisiert und zur Kunst- und Künstlerförderung dann auf die Beine stellt. Wir haben in diesem Jahr zwei Kunstausstellungen und es stehen in Kürze die fünfte Sommergalerie an und deshalb bis heute einen Pressetermin, um zu zeigen, wie vielfältig die Kunst ist, die dort ausgestellt wird und dass es um regionale bzw. überregionale Künstlerförderung handelt, nämlich für Berliner und Brandenburger Künste. Wir haben noch bis zum 31. Juli die Gelegenheit, sich für Berliner und Brandenburger Künstler anzumelden. Da ist dann der Anmeldeschluss. Untertitelung des ZDF, 2020